hier kommt das wäre der preis gewesen nein das ist ihr preis ja ein geiles ipad mini nagelneu sogar mit retina display schon und alles glück alles gute glückwunsch vielen dank viel spaß damit und jede menge weiterempfehlung und neos gibt noch einen schönen beller alles klar ja dann bis zum nächsten mal und ganz vielen dank für die vielen tollen empfehlungen und das tolle mitmachen und tschüss